in diesem podcast möchte ich dir gerne helfen gelassener zu reagieren und zu werden und wieder ein wenig in die stille zurück zu kommen denn in unserer heutigen welt ist es immer laut es gibt praktisch keinen platz an dem es einfach nur still ist irgendwo hörst du immer irgendwas seien es vorbeiziehen der autos unterhaltungen anderer menschen gelächter oder spielereien von kindern irgendwelche maschinen oder irgendjemand hat das radio im auto so laut angestellt dass man das sogar draußen hört es ist kaum mehr möglich diesem ständigen lärm zu entfliehen deswegen können wir uns eigene kleine inseln bauen in denen wir zumindest für einen moment lang wieder in die stille zurückfinden und auch dadurch wieder zu mehr gelassenheit gelangen inspiriert wurde ich für diese podcast serie unter anderem durch das wunderbare buch die rückeroberung der stille auswege aus stress und reizüberflutung von harald keuser aber auch durch andere bücher und durch meine eigenen bisherigen erfahrungen eine kleine zusammenfassung aus diesem buch mit meinen eigenen worten verfasst und einen kleinen teil verschiedener impulse aus diesem buch und die ich ebenfalls zusammengeschnitten und mit meinen eigenen worten die er in den nächsten wochen und monaten zusammentragen werde und ihr somit mit dieser podcast serie eine hilfestellung sein möchte um noch mal auf das buch die rückeroberung der stille zurückzukommen dieses wundervolle buch hat noch jede menge weitere tolle möglichkeiten um wieder gelassener zu werden gelassener zu bleiben und in die stille zurückzukommen dieses buch ist ein wahrer schatz und es lohnt sich es sich anzuschaffen gelassenheit und stille das leben präsentiert uns allzu gerne geschehnisse die wir nicht beeinflussen können wer das gelassen akzeptieren kann bewahrt einen kühlen kopf fasst sich ein herz und entdeckt eher lösungen und neue möglichkeiten auf lehnung und unsicherheit verwandeln sich dadurch in mut und zuversicht der zauber der gelassenheit tut seine wirkung dass uns über die großen und kleinen stutzbäche des alltags unsichtbare brücken der gelassenheit bauen sie tragen uns wohlbehalten ans andere ufer wo uns die lebensfreude erwartet wie soll man gelassen sein wenn man es nicht ist wie soll man gegenwärtig sein wenn es einem so schwer fällt gelassenheit begegnet der welt in frieden es ist eine entspannte aufmerksamkeit wie man sie zum beispiel während des autofahrens einnimmt es ist viel los im straßenverkehr aber mit innerer gelassenheit bringt man sich gut durch den verkehr natürlich muss man zuerst mal gelassen sein wollen um es dann umsetzen zu können genauso wie man die liebe wollen muss um lieben zu können anwesenheit mäßigung und gelassenheit sind fähigkeiten die man trainieren kann wie schwitzschuh laufen fahrrad fahren oder gar die luft anhalten der eine hat eine begabung dazu dem anderen fällt es schwerer doch denkbar ist es für jeden wir sind dazu fähig durch wille und übung zu werden was wir sind oder sein wollen hierzu habe ich heute den ersten impuls für dich den du ganz für dich ausprobieren kannst teil 1 während der hausarbeit alles fallen lassen du hast zu hause viel zu tun aufräumen welche machen staubwischen die geschirrspülmaschine einräumen die fenster müssten auch mal wieder geputzt werden du schuftest wieder einmal kämpfst gegen die zeit und versuchst das chaos in den griff zu bekommen plötzlich klingelt dein wecker du hast ihn dir selber gestellt damit er dich daran erinnert jetzt mitten in deinem wirken alles fallen zu lassen folge den klingeln sofort die hälfte der wäsche ist noch im korb der staubsauger steht mitten im weg die besteckschublade steht offen egal jetzt ist auszeit und schluss du kochst dir einen tee setzt dich hin holst dir ein buch zündest dir eine kerze an wie lange hast du gebraucht um wirklich das zu lassen was du gerade getan hast und dich hinzusetzen fünf sekunden fünf minuten oder gar länger musst du das oder jenes noch schnell beenden wie fühlst du dich unwohl weil du dir sonst erst eine pause günst wenn alles erledigt ist die arbeit im haushalt ist sowieso nie erledigt denke darüber ausgiebig nach während du deinen tee genießt so 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 so